Wir kamen gerade vom Wasser hoch und sie kamen dann an und dann muss man ja wissen, wer das nur ist und wer er überhaupt kommt. Weil wir hatten ja auch nur Aal und Aal war ja damals so eine heilige Sache und dann hat man gefragt und hat sie gesagt, ja gut, ich bin der und der und ja, dann waren wir ja oben mit dem Pfiff und dann sagte er heuer, na du, dann komm mal rein. Dann musste sie mit rein und dann hat sie noch genau erklärt, was sie machen will und was auch immer und dann, ja, dann dringen wir einen Schluck und dann, so war's. Nee, nee, kann man nicht sein. Nee, ich schwächter, was ich nicht. Ein ganz normaler Mensch muss man sein, so wie man, wie wir, vernünftig unterhalten und irgendwie nicht abgedreht oder so, gar nicht. Da muss ich jetzt durch. Was jetzt passiert ist, ist meiner Meinung nach, da muss ich durch und mehr kann ich und will ich da auch nicht so sagen. Ob das mit den Leuten ist, mit den Arbeitsplätzen und mit den Ausländern oder wie auch immer, das muss ich hin. Untertitelung. BR 2018